Wenn Unternehmen investieren möchten, die einen wirklichen Einfluss auf unser Klima und die Umwelt haben, würden mit reinen ESG- oder SRI-ETFs nicht glücklich werden. Deswegen schauen wir uns heute 5 wirklich nachhaltige ETFs an. Hey, mein Name ist X7 und heute dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Um zu verstehen, wie Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten gehandhabt wird, kläre ich zu Beginn einige wichtige Begriffe und Kategorien von nachhaltigen ETFs. Als erstes sprechen wir über die SFDR-Kategorie für Fonds. Hier unterscheidet man zwischen Artikel 6, 8 und 9 Finanzprodukten. Und Artikel 6 können wir eigentlich direkt vergessen, weil darunter alle normalen, nicht nachhaltigen ETFs fallen. Das heißt, wenn du nachhaltig investieren möchtest, dann solltest du dir Artikel 8 und Artikel 9 merken beziehungsweise darauf achten, ob der jeweilige ETF ein Artikel 8 oder ein Artikel 9 Finanzprodukt ist. Beginnen wir mit Artikel 8. Artikel 8 oder auch hellgrüne Fonds sind alle klassischen ESG-ETFs. Hierbei werden unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus beiden beworben. Das heißt, es werden einfach Unternehmen gefiltert und das Ziel ist, dass der ETF dadurch ein wenig nachhaltiger wird. So, bei Artikel 9 oder auch dunkelgrünen Finanzprodukten wird eine nachhaltige Investition angestrebt. Und hierbei muss ein explizites Nachhaltigkeitsziel verfolgt und messbar offengelegt werden, inwiefern dieses Ziel erreicht werden soll. Das heißt, wir haben einmal die hellgrünen oder ESG-Produkte und wir haben einmal die dunkelgrünen oder Impact-Produkte. Gut, das war's zu den Artikeln. Kommen wir jetzt zu den unterschiedlichen Namenszusätzen der ETFs. Das heißt, wir schauen uns jetzt ESG-Screened, Enhanced, SAI und so weiter an. Also erstmal die Artikel 8 Finanzprodukte. Hierbei wird ein Index genommen, wie jetzt zum Beispiel der MSCI World und Unternehmen. Er werden entfernt bzw. gefiltert, die entweder gewisse Anforderungen nicht erfüllen oder zu einer kontroversen Branche gehören, was automatisch zum Ausschluss führt. Eine zentrale Kennzahl dabei ist vor allem das ESG-Rating von MSCI, wovon ich persönlich kein großer Fan bin. Da jede Rating-Agentur Unternehmen irgendwie komplett unterschiedlich nachhaltig einstuft, finde ich solche Kennzahlen sehr problematisch. Aber eins stellen wir fest, je strenger der Ansatz, desto mehr Unternehmen werden gefiltert. Bei ESG-Screen fällt am wenigsten weg, bei SAI in der Regel am meisten. Daneben gibt es leider dann noch sehr viele weitere Bezeichnungen, wie zum Beispiel ESG Leaders oder ESG Universal Select oder Low Carbon. Und das Problem ist, die vielen verschiedenen Namen sorgen leider für Verwirrung. Deswegen der Tipp, orientiere dich nicht an dem Namen, sondern schau dir den ETF genau an und achte auf die Anzahl der abgebildeten Unternehmen, die Top 10, der Anteil der Top 10 und auch auf den Referenzindex. Das heißt, bei solchen hellgrünen Artikel 8 Finanzprodukten werden lediglich die schlimmsten Unternehmen, laut MSCI, gefiltert. Es wird nicht gezielt in Unternehmen investiert, die besonders nachhaltig sind oder an Technologien für eine grüne Zukunft arbeiten. Das ist einfach nicht das Ziel dieses Ansatzes. Also man darf es nicht kritisieren, wenn es nicht das Ziel dieser Finanzprodukte ist. So, das war die erste Möglichkeit, Nachhaltigkeit im Portfolio abzubilden, einfach mit einem ESG-Screen oder SAI-ETF. Als nächstes gibt es Branchen- und Themen-ETFs, die Nachhaltigkeit vermuten lassen. Investiert man beispielsweise in ein Wasser-, Recycling- oder Erneuerbare-Energien-ETF, liegt es nahe, dass man nachhaltige Unternehmen im Portfolio hat. Das Problem ist leider, das ist nicht immer der Fall. Wer also großen Wert darauf legt, keine Unternehmen im Portfolio zu haben, die einen großen Teil ihrer Umsätze weiterhin mit Kohlekraft beispielsweise machen, muss genau auf die Strategie und auch auf die Zusammensetzung der ETFs schauen. Ja, super, ich bin bisher keine große Hilfe. Wir stellen bisher fest, bisher können trotz Ausschlusskriterien oder Fokussierung auf eigentlich nachhaltig wirkende Themen nicht nachhaltige Unternehmen weiterhin im ETF enthalten sein. Ja, was bleibt jetzt übrig? Artikel 9 Finanzprodukte, bei denen offengelegt werden muss, wie durch die Investition das messbare Nachhaltigkeitsziel erreicht werden soll. Hier sprechen wir von Impact Investing und diesen Satz musst du dir merken, die Nachhaltigkeit steht vor oder über der Rendite. Wir sehen also, ein wenig Nachhaltigkeit bekommt man ziemlich leicht ins Portfolio. Wer aber besonders Wert auf eine strenge Strategie legt und eben nicht RWE oder Nestlé im Portfolio haben möchte oder gezielt in Unternehmen investieren möchte, die zu einer grünen Zukunft einen großen Beitrag leisten, stößt schnell an seine Grenzen und muss viel Zeit investieren, um den passenden ETF zu finden. Und genau deswegen schauen wir uns jetzt 5 wirklich nachhaltige ETFs an. ETF Nummer 1 ist der Rice Environmental Impact 100 ETF. Dieser ETF bietet Anlegern und Anlegerinnen die Möglichkeit der Investitionen in die 100 einflussreichsten Unternehmen, die Lösungen für die drängendsten Klima- und Umweltherausforderungen der Welt entwickeln und anwenden. Dabei wird in Unternehmen investiert, die in den relevantesten Umweltthemen tätig sind, darunter Wasser, Elektromobilität, erneuerbare Energie und Wasserstoff, Energieeffizienz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft und naturbasierte Lösungen. Im Gegensatz zu anderen nachhaltigen ETFs werden nicht Unternehmen gefiltert, die gewisse Mindeststandards nicht erfüllen. Hier werden gezielt Unternehmen gewählt, die zur Energiewende beitragen, die den Planeten und die Umwelt retten wollen. Diesen ETF habe ich auch bereits in einem Video ausführlich analysiert. Das Video findest du in der Infokarte und natürlich auch in der Beschreibung. Der ETF hat eine TR von 0,55%, bildet wie gesagt 100 Unternehmen ab und die Top 10 kommen auf einen Anteil von 15,72%. ETF Nummer 2 kommt auch von RISE, das ist der RISE Sustainable Future of Food ETF und damit Europas erster ETF für nachhaltige Nahrungsmittel. Dieser bietet Anlegern und Anlegerinnen die Möglichkeit in Unternehmen zu investieren, die über die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette hinweg innovativ tätig sind, um so ein nachhaltigeres, sicheres und faires Ernährungssystem für unseren Planeten aufzubauen. Im Gegensatz zu anderen Lebensmittel-ETFs werden gezielt Unternehmen ausgeschlossen, die mit Fleisch oder tierischen Produkten Geld verdienen, auf kommerziellen Fischfang und Fischzucht wird verzichtet und zudem wird streng auf den Umgang mit Palmöl und Sojabohnen geachtet. Diesen ETF habe ich vor kurzem auch ausführlich in einem Video analysiert. Das Video findest du auch in der Infokarte und in der Beschreibung. Sehr interessant ist auch die Kombination aus diesen beiden RISE ETFs, weil es keine Überschneidungen gibt. Sie sind quasi so konzipiert, dass beide als Einheit funktionieren. Der ETF hat eine TR von 0,45%, bildet 45 Unternehmen ab und die Top 10 kommen auf einen Anteil von 33,52%. Beide RISE ETFs und auch die drei weiteren ETFs sind bei Scalable Capital als Sparplan verfügbar. Falls du noch kein Konto bei Scalable hast, kannst du gerne meinen Link in der Beschreibung nutzen. Damit würdest du mich unterstützen. Aber kommen wir jetzt zu Nummer 3 und das ist der Invesco Global Clean Energy ETF. Und wie der Name verrät, dreht sich bei diesem Themen ETF alles um Clean Energy bzw. die Erzeugung und Nutzung sauberer Energien und die Förderung erneuerbarer Energien. Und im Gegensatz zu anderen ETFs dieser Art stehen allerdings nicht die Versorger im Vordergrund. Und abgebildet wird ein Index, über dessen Zusammensetzung wohl die umfangreichsten Reports erstellt werden. Auf der Internetseite wird nämlich jedes Quartal ein etwa 100 Seiten langer Bericht über den Index, die Branche, die Indexmitglieder und noch vieles mehr zur Verfügung gestellt. Definitiv lesenswert. In dem Index finden sich Unternehmen, die sich auf Wind, Solar, Biokraftstoff, Wasser, Wellen, Gezeiten, Geothermie und andere relevante Bereiche der erneuerbaren Energie konzentrieren. Daneben werden auch die Themen Energieumwandlung, Energiespeicherung, Erhaltung, Effizienz berücksichtigt und Materialien, die im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten, Kohlenstoff- und Treibhausgasreduzierung, Verschmutzungskontrolle, aufkommenden Wasserstoff- und Brennstoffzellen benötigt werden. Eine Besonderheit, lediglich 34% der abgebildeten Unternehmen kommen aus Amerika. Dieser ETF hat eine TR von 0,6%, bildet 125 Unternehmen ab und die Top 10 kommen auf einen Anteil von 11,9%. ETF Nummer 4 ist der BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders ETF und ich glaube kompliziertere Namen können die sich bald nicht mehr ausdenken. Bei diesem gleichgewichteten Index steht die Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt. Neben positiven ESG-Ratings werden gezielt Unternehmen ausgewählt, die auf ressourcenschonende Betriebsmittel, Verlängerung der Produktlebensdauer, Recycling, Humankapital und Unternehmensführung achten. Der Index besteht aus Unternehmen, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen inklusiven Wirtschaft bereitzustellen. Alle sechs Monate werden die Geschäftsmodelle der abgebildeten Unternehmen überprüft und besonders geachtet wird auf die Bereitstellung von erneuerbaren Energien, biobasierten oder vollständig recycelbaren Rohstoffen als Ersatz für Rohstoffe mit nur einem Lebenszyklus. Der ETF hat eine TR von 0,3%, bildet 50 Unternehmen ab und die Top 10 kommen auf einen Anteil von 22,17%. So, kommen wir nun zu dem fünften und letzten ETF. Das ist der L&G Clean Water ETF, der, wie der Name verrät, Unternehmen abbildet, die irgendeinen Bezug zum Thema Wasser haben. Konkret genannt werden die Bereiche Technologie, Digitales, Versorgungsdienstleistungen oder Technik für die globale Industrie für sauberes Wasser. Wichtig dabei ist, dass ein bestimmter Teil ihrer Umsätze mit der Bereitstellung wasserbezogener Dienstleistungen erzielt werden muss. Aktuell gibt es drei Wasser-ETFs, von denen die beiden anderen erstens ausschüttend sind, zweitens die Top 10 ein Gewicht von über 50% einnehmen, drittens teuer sind, also eine hohe TR haben und viertens ein häufig kritisiertes Unternehmen wie beispielsweise Violia enthalten. Zusätzlich dazu sind in dem L&G ETF über 48% der abgebildeten Unternehmen Small Caps, die man eigentlich sehr selten im Portfolio hat. Im Gegensatz dazu sind es bei den anderen knapp 19 und 24%. Dennoch ein kleiner Hinweis zum Thema Wasser. Wasser und Nachhaltigkeit wird oft eher kritisch betrachtet. Das Problem dabei ist vor allem, dass einige Unternehmen mit sauberem Wasser, das in der Idealvorstellung jedem und jeder auf der Welt kostenlos zur Führung stehen sollte, Geld verdienen. Häufig genannt wird Nestlé, das in Afrika das ohnehin schon knappe Wasser abpumpt und dann eher teuer weiterverkauft. Ist ja eigentlich eine Schande. Deswegen sollte man sich auch vorher intensiv mit diesem Thema beschäftigen und sich selbst fragen, ob man dieses Thema mit einem eigenständigen ETF abbilden möchte. Ein kleiner Hinweis, im ETF sind allerdings viele Unternehmen enthalten, die ihr Geld mit Wasseraufbereitung, also der Säuberung von Wasser, Pumpsystemen und so weiter verdienen. Also nicht das, was bei Nestlé so kritisiert wird. Dennoch ist das Thema Wasser immer sehr kritisch, wenn man damit Geld verdienen möchte. Der ETF hat eine TR von 0,49%, bildet 61 Unternehmen ab und die Top 10 kommen auf einen Anteil von 21,75%. Schauen wir uns zum Schluss mal die vergangene Performance aller ETFs an. Und ja, einige ETFs sind jung, aber die Performance spielt an dieser Stelle gar keine so große Rolle. Deswegen möchte ich an dieser Stelle erneut betonen, dass gerade bei den strengen Ansätzen der Rise ETFs zum Beispiel die Nachhaltigkeit vor der Rendite steht. Und bei den Themen ETFs natürlich auch ein deutlich höheres Risiko besteht als bei einem global diversifizierten Ansatz. Deswegen eignen sich solche Sektorwetten gut als Beimischung, aber nicht als Basis. Dennoch bin ich ein großer Fan von den Rise ETFs und finde das Konzept dahinter sehr gut. Die anderen drei ETFs sind auch sehr interessant. Definitiv mal einen Blick wert. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du konntest etwas lernen und bist nicht zu verwirrt in dem Dschungel voller merkwürdiger ETF-Namen und sehr viel Greenwashing und eher Pseudo-nachheiligen ETFs. Demnächst stelle ich meine ETFs vor, die ich aktuell bespare. Und ja, nächstes Jahr gibt es dann noch ein paar neue Portfolios, die ich bauen würde, wenn ich jetzt neu investieren oder mit dem Investieren anfangen würde. Wie würde ich mir ein nachhaltiges Weltportfolio und so weiter aufbauen? Also ich freue mich sehr auf nächstes Jahr und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns dann demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.